Herzlich Willkommen! Jetzt sind wir Ende Sommer und Anfang Herbst und wir müssen den Garten für nächstes Jahr vorbereiten, aufräumen und das alles sauber machen. Genau, jetzt haben wir hier die Kohl-Sorte und die haben wir aus der Türkei aus der Trabzon-Nordost gebracht. Und dort ist es ganz berühmt und dann können wir Kohl-Suppe machen und Krautwinkel-Wicker machen und ja, das ist ganz Gessen der Sorte. Das ist unterschiedlich, da unten will auch natürlich kein Kohl-Kopf hier haben. Genau, das kann natürlich zwölf Manate im Garten bleiben, das ist winterharte Sorte, passiert überhaupt nichts auf den Blättern und dann kann man einfach ganzes Jahr genießen. Wir haben jetzt Kohlblätter geändert und schauen wir einfach unseren türkischen Nachbarn, wie können wir das machen. Und dann wird einfach fatale, wie wir möchtet, ja.